Wo war sie denn? Die sind durch die Schublade. Da war sie. Was? Komm her. So. Und abschließen. Das war ein richtiges Lagersystem hier soweit. Den Schlüssel packen wir kurz mal beisammen. So. Jetzt haben wir 8 Kisten. 16. Das selbe spiele ich jetzt nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 habe ich gesagt. So. Und wieder 16 Stück. Dann brauchen wir das Lager erstmal hier. Nutzen wir das Wetter hier gerade. Genau. Nutzt du das Wetterchen? Das meine ich auch. So. Ja, die Feuerchen, die haben sie aber gut beißt. so. Dann schließen wir die jetzt auch nochmal ab. Cool. So. Abschließen. Jo. Jo. Da brauche ich noch 4. Das Ganze muss ich jetzt noch 4 mal machen. Das kriegen wir hin. Dann haben wir die Kisten. noch eine Menge Birkhold gerade verbraten. Aber das ist ja egal. Hier sind jetzt nur 3. Jetzt haben wir hier die 4. Hier. Und da hin. Wir kommen da hin. 1, 2, 3, 4. 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10. 1 zu viel sogar. 1 zu viel sogar. Tag ist noch nicht wieder, wa? Weiß es nicht, war es nicht draußen. Oh, da fiel dir ca. 1 noch. Äh, doch. Ich glaube es wird jetzt ein wenig Tag. Okay. Okay. Das ist doch schön. Was haben wir hier 6 tun? Ja, ich bin gerade dabei, hier noch ein paar Truhen zu bauen. Lagersystem, weißt du? Ich verbrate gerade eine ganze Menge Birkenholz. Ich halte gerade mal so ein bisschen in eine Richtung. Hatte ich mir aber so gedacht, ich mach das einfach mal. So. Den Schlüssel. Abschließen. Die sind jetzt alle abgeschlossen. Die sind jetzt auch abgeschlossen. Ich sehe schon, das Lagersystem. Es hört, es sieht richtig gut aus. Das gefällt mir. Das sind so Arbeiten, die kann man machen, wenn man gerade nicht allzu viel zu tun hat. Dann habe ich die abgeschmackt. Hab ich das auch? Da oben auch nicht. Ach, das will ich jetzt auch mal. Schwarzen Granit müsste man sich nochmal holen. Das können wir hier eigentlich mal machen. Ist ja eh gerade Tag. ich mach das mal eigentlich wollte ich ja zäune bauen und schafe fangen so muss ich ja nach oben hoch, stimmt ja, weil hier oben weiter brauchen muss dann packen wir die Erdschublade lieber ins Regalsystem rein packen wir mal Badseck Drawers rein, hier unten so aber wohl Erde habe ich auch wieder im Schubfach drin, ne? das ist doch schön so wie baut man jetzt mal ne Leine ne Leine ne Leine ist er Quatsch, haben wir 29 drin ne Leine ne Leine ne Leine ne Leine ne Leine ne Leine ich packe mir auch schon kräftig was aufs Schwert drauf ok ich versuche mal das Schafsgehege anzulegen, ok? ja mach mal ich mache hier so schön zwischen den Bäumen, das sieht gut aus ähm 32 1 2 4 5 6 7 8 4 5 5 5 6 6 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 So, mal gucken, kann ich jetzt so ein Schaf fangen? Ich habe hinten noch gerade irgendwo eins gesehen, vorhin. Ich hoffe, es ist noch da. Ich weiß es aber nicht. Meine Produktion ist im vollen Gange. Das ist doch schön. Das ist doch nicht. Schön. Das ist doch nicht. Einzweifung. Hey, der AJ Sunny ist da. Grüß dich. So. Jetzt haben wir hier schon mal ein Schaftröner. Vielleicht müssen wir hier aber auch noch mal so ein kleines Feld anlegen, denke ich mal. Ich wollte doch eigentlich Lava wiederholen. Oh Mann. Hier haben wir noch andere Sachen wieder. Hier pflanzen wir dann. Nichtsdestotrotz, ich muss noch mal Lava nochmal holen. Einfach mal was können. Ja, Mietze Katze ist gut. So. Jetzt haben wir drei Zäune. Kann ich hier nochmal lang bauen? Oh. Nein. Kann ich hier nochmal lang bauen? Kann ich hier nochmal lang bauen, die Zäune? Lava holen. Ganz wichtig. Aber hier rum, aber darum. Ja. 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 So, Klaberholz! Was kramt ein Schokie gerade so rum? Aber mir passiert nichts, ich stehe mitten in meinem Häuschen. Das ist doch schön. Ich hole mal kurz nochmal Lava. Hier ist wieder ein bisschen was zu essen für dich. Oh, ich hab jetzt noch ein bisschen Steaks. Das geht. Jetzt wird es dunkel. Jetzt muss ich wieder nach Hause kommen. Wie lange haben wir eigentlich noch? Wir müssen neu machen, aber noch eine dreiviertel Stunde. Okay. Wenn du das möchtest. Wir wollten doch bis 9 Uhr machen. Wir sind noch vorletzten Folge sozusagen. Und der AJ ist irgendwo bei uns. Da ist unser Zuhause. Der AJ ist hier gar nicht drauf. So, der war gerade da, wie ich halt... Diese Flügel sind klasse. Man kann so schön gleiten. So. Ich bringe jetzt wieder Lava mit. Wir haben ein schönes Haus gebaut. Ich glaube, das sieht schön aus. Es ist nur schon wieder dunkel. Ich muss mir irgendwelche Arbeit machen, damit ich mich nicht verrichten kann. Das war's du. Entschuldigung. So, dann füllen wir nochmal wieder. Jetzt haben wir alles fast komplett wieder voll. Das hat doch was. So. So. Also, mal kriegen wir immer mehr. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Sturzbau habe ich ja aus Alumin, glaube ich, gemacht. Genau. Okay, ähm... Wenn ich jetzt schon mal hier bin... Könnt ihr auch mal kurz mal einen Bagger reparieren? Also, ich sehe den AJ gar nicht. Der war vorhin gerade bei mir gewesen, vorhin. Also. Der aber auch nicht ab zu sehr weit weg sein. Wenn der wirklich so eine Uhr hat bis nach Hause. Äh. So, mein Sturzbohrer ist fertig. Ähm. Ey, das ist ja so ein Geschleuch. Ich so... Ey, vier Schleicher? Ne. Das ist doch witzig. Monsterpferde, ey. Das ist ja wohl auch widerlich. Die steigen auch noch her. Ja, hat die vorhin auch gehabt, ja. Netherquarz. Wo haben wir denn Netherquarz? Da. Wo ist von meinem Schleimbäumchen hier? So. Ey, wo ist... Wo sind deine Eltern? Warte mal. Wo sind deine Eltern? Ja. Ich mach jetzt nochmal im Schwerk jetzt nochmal den Netherquarz drauf, so ein bisschen. Ach, du den ja nicht weiter haben willst? Doch, ich will ihn ja haben. Aber ist ja für uns beide gedacht. Jetzt habe ich 144 drauf. Hast du alle Nesserquarts verbraten jetzt? Nein, sind nur welche da. Okay, dann kloppe ich jetzt bei mir auch wieder welche drauf. Ich habe plus 15 drauf jetzt bei mir. Angriff plus 15. Ich hole wieder Nachschub von Nesserquarts, ne? Ja, ja. Kein Stress. Machen wir zwei. Nein, lass ich noch drin so zappen, ne? Ach ja, ich bin fertig, wenn du fertig bist, dann kann ich nämlich meinen Hammer reparieren. Okay, das dauert. Das hört sich länger an. Hätte sie als Quarzblöcke vorher machen sollen. Geht schneller. Ich habe jetzt 42 von 72 drauf. Das ist nicht viel. Ich habe... Warte, kann ich das mal sagen. Ich habe... 144 von 144 drauf. Okay, ich komme... Ein Modifikator habe ich noch übrig, also ich kann da noch mehr drauf packen. Ich muss da noch mehr drauf packen. Also ich kümmere mich wieder um Nachschub, ne? Ja. Mein Hämmerchen ist auch wieder heil. Ja, siehste. Alles heil gemacht. So. Es ist Nacht, ja? Es ist einfach noch Nacht, richtig? Ja. Es ist Nacht. Ich nehme noch Holz. Steine brauche ich derzeit nicht. Ich will einen Langbogen haben. Ich brauche einen Bogenteil. Bogenteil. Eine große Platte. Eine große Platte haben wir schon. Das heißt, ich brauche einen Bogenteil. Ich brauche eine leere Schablone. Ich brauche einen Stanze-Table. Die Flügel sind so genial. Die müsste man mal in einem echten Leben haben. Ich brauche einen Bogenteil. Fiederung? Nein. Sendenkopf. Breitschützer. Ich brauche einen Bogenteil. Ich sehe hier keinen Bogenteil. Warum nicht? Das. Handschützer. Armbruchschablone. Bogensehenschablone. Das ist ja merkwürdig. Das ist ja merkwürdig. Das ist ja merkwürdig. Ich muss da. Ich muss da so was bauen können. Ich brauche zweimal ein Bogenteil. Und das ist ja merkwürdig. Das ist jaimerkitri. Booteil. Breitschützer, Schwersteinschablone, Fremdschützer, Bogensehne Schablone, das ist eine Bogensehne. Ich nehme das jetzt einfach mal. Ich stelle das jetzt einfach mal her. Ach nein. Okay, das war es doch nicht. Das heißt, jetzt haben wir hier so eine Bogensehne Schablone, das hergestellt, was wir nicht brauchen. Super. Ich denke, das ist voll. Das schmeißt. Und das ist voll. Die Scharbon sitzt hier gar nicht dran. So stellt man Scharbon her. Okay, alles klar, dann weiß ich noch Bescheid. Jetzt haben wir vier Schablonen. Was möchtest du denn jetzt machen? Ich will einen Langbogen bauen. Ach du lieber Gott. Ja. Ich höre mal bestest du, ja? Ich bringe wieder Netherquartz und das wird wieder aufgeteilt. ... 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 Man kann die irgendwie nicht herstellen, warum eigentlich nicht? Komisch. Muss doch gehen. Dann müssen wir mal kurz ins Handbuch gucken. Tinkers Waffen Longbow Okay, das war's dazu. Das ist die Schmelze. Gut. So. Ein. Zu viel. Dann geben wir nochmal das hier an. Dann gibt es die Schablone in der Hinsicht. Papier. Schüssel. Shortbow. Hier gibt's nur den Kurzbogen. Einen Langbogen gibt's gar nicht. In dieser Bildung gibt's keinen Langbogen. Ein Bogenteil. Da ist doch die Schablone. Bogen gehen. Bogen. 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 Das ist eigentlich so, wie das Teil wäre. Aber ich kann ihn gar nicht nehmen. Bogensehenteil. Oder. Ich hab' dir davon hergestellt, das Bogensehenteil. Wann was denn? hier kann ich aber kein langbogen bauen das war so um ein armbrustteil gibt aber langbogen aber nicht die scharbonne dafür das finde ich jetzt doof es gibt langbögen aber man kann hier nicht bauen hier ist auch bogenteil im bogenteil kurzbogen aus was braucht man ein bogenteil kann auch kein kotbogen bauen das doch warum kann ich hier kein bogenteil machen ich dekorieren kann so ich verzweifle noch weil ich hier keinen bogen bauen kann ich wollte aus dem bogen bauen und ich habe einfach hier pfeile kann ich bauen oder habe ich das so weiter nicht erforscht dass ich das darum nicht bauen kann das weiß ich nicht vielleicht ich bin jetzt aber doof dann gucke ich ob ich das zweite schaf irgendwo krieger hast du denn schon eins da eins habe ich schon eins habe ich schon noch mal die hacke mit und gleich mal so ein bisschen was hier haben kann man eher hier eine steinhacke ist ja gerade tag ne soo soo